Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich habe die Zweger gefunden. Die sind hier im äußersten Zipfel und graben wieder aus. Ich packe mal meine Waffen weg. Wie geht's? Wie steht's? Na, gibt's was Neues? Ich suche immer noch einen Kern, den letzten. Habt ihr einen dabei? Könnt ihr mir einen verkaufen? Oder muss ich euch töten? Sei gegrüßt. Kannst du mal deine Waffe runter machen? Oder kommt da gleich Ärger? Wie sieht's aus? Die trauen mir nicht. Wird mir auch nicht trauen. Hallo. Ja, ich mache mich vom Acker. Oder ich warte, dann kommt meistens Ärger. Der macht euch platt und dann habe ich die Ruhe. Der kann euch plündern, hä? Ist das einfach? Also ich denke, ich gewinne nicht, wenn ich gegen die drei gehe, oder? Die töten mich ratzfatz. Ja, ich passe auf mich auf. Halte das gebündelte Licht nach bei dir. Das willst du nicht verlieren. Ja, bis zum Plan. Jawohl, das mache ich. Das gebündelte Licht immer bei mir behalten. Geht uns. Es geht zu schnell. Ja, aber ich ziehe mal weiter. Und zwar würde ich da reinziehen. Hier irgendwie, oder? Aber ich höre schon wieder etwas. Hört ihr es auch? Da ist doch heute ein Zucker oder irgendwas, oder? Ja. Was ist das? Ein Hase da oben? Ja. Ja. Okay, da hinten ist ein Licht. Ja gut. Unten suchen. Seht ihr es? Hallo? 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 Hehehe. Hey, komm mal her. Oh, ich habe keine Ausdauer. Doch mal essen. Und die Ausdauer hochladen. Komm, geh mal hoch. Ah, shit. Komm, versuch es nochmal. Kannst du besser. Wo ist er? Da hinten. Ich log ihn mal an. Hehehe. Vielleicht kriege ich dann die Twega. Jupp, er kommt. Habe ich gut gemacht. Ich habe euch einen Gefallen gemacht. Hey, ich habe was zum Spielen besorgt. Hehehe. Yo. Oh. Ah. 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 Jo. Der ist sauer. Äh. Coole Socke. Mal das Schauspiel begutachten hier. Was macht der? Den Berg anspannen. Ne, da ist so ein Magier. Cool. Okay, mal gucken, was die mit dem machen. Das ist auch mal nett. Nur zugucken. Aber ich glaube, der macht die platt, hä? Jo. Ja, ich kann euch nicht helfen. Sonst tötet ihr mich. Au. Brandbombe. Ist er tot? Jo. Die haben ihn getötet. Ey, guck mich nicht so an. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nur zugeguckt. Geil. Ist er sauer? Ich glaube, er ist sauer. Ja. 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 Was heißt das? Ich lese mal den Müll ein. Ne. Ist das okay? Ups. Sorry. Das war keine Absicht. Ich wollte das nicht. Ja. Muss nicht sauer sein. Ah, das ist Kupfer. Okay. Jetzt welche Richtung? Ich gehe mal da hoch. Na, ihr kommt ja alleine klar. Oder soll ich euch wieder helfen? Ja. Die Hilfe. Dann würde ich mal da hochgehen. Lasst uns mal gucken, was es da alles gibt. Wenn da kein Sucher ist. Ich habe zu viel Gedöns dabei. Erschreckt mich doch nicht so. Das war blöd. Ne. Hallo. Hallo. Ich brauche Hilfe. Lass mich rein. Ich gucke wieder zu. Nein. Ich bin hoch. Okay. Gucke ich von hier zu. Yo. Ha, ha, ha. Ja, ich würde euch helfen. Aber wenn ich euch treffe, dann habe ich das Problem. Habt ihr alle getötet? Er hat alle getötet. Er hat schon alle getötet. Halt, mach langsam. Ne, das finde ich uncool. Nein, 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 nein. Geh mal weg. Er hat alle getötet. Okay. Yo. Dann gehört alles mir. Ups. Ich glaube, er ist sauer. Hie, 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 hie. Bleib mal so stehen. Das ist gut für mich. Hahaha. Mann, habe ich Glück. Und tschüss. Yo. Bye, bye. Haha. Wie geil. Oh, ho, ho, ho. Oh, halt. Oh, oh, oh. Ich habe es noch nicht hinter mir. Es ist noch nicht vorbei. Da kommt noch was. Aber das ist ein Sucher, oder? Sag mal, kannst du da nicht mehr kraxeln? Hasi, komm zu mir. Bist du mit Sicherheit. Komm. Komm. Ich würde nie einen Hasen anlügen. Echt. So. Schön brav. Schön stehen bleiben. Gibt es noch einen normalen Pfeil? So, ist gut. Jetzt habe ich hier so viel Material. Da muss ich echt was machen, oder? Komm ich schon in den Schädel rein? Irgendwie. Nope. Und hier kann ich nicht graben und hier kann ich auch nicht bauen wegen Wächter. Ja, dann sollte ich hier irgendwo einen Unterschlupf machen und das Portal aufstellen. Oh, Hasenfleisch ohne Ende. Oh, ich muss was anderes da lassen. Oh, da liegt Material. Das ist echt geil. Moment, Moment, Moment. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Das Hasenfleisch eigentlich auch nicht, ne? Aber das will ich. Das ist ein Unterschied, ne? Ja. So. Dann hätten wir das auch mal erledigt. Dann würde ich doch glatt sagen, wir gehen da rein. Wenn ich das gewusst hätte. Oho. Sumpf. Sumpf. Okay. Auch nicht schlecht. Aber da sind wir zu nah, oder? Das kann nicht sein, dass hier was ist, ne? Aber die Wurzel geht auch rein. Cool. Wow. Die geht voll rein. In den Sumpf. Geile Socke. Ich höre schon wieder was. Mutti, technisch. Die brauche ich jetzt nicht. Die möchte ich nicht. Bitte, bleib weg. Boah, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Das ist die falsche Richtung. Ich möchte jetzt nicht die Mutti. Oh, da ist ein Sucher. Nein, das ist das von den Twegan. Nein, das ist das von den Twegan. Scheiße. Au. Das war blöd. Das war blöd. Das war saublöd. Jetzt brenne ich im Nebel rum hier. Was will der mir sagen? Oh, die Mutti kommt. No. No, 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 no. No, no, no. Die will ich jetzt nicht. Die kommt genau hierher. Die riecht mich. Oh, nee. Die will mich. Die will mich. Die will mich. Ah, ah, ah. Sie kommen. Sie kommen. In großen Schritten. Und ich mache mich noch selber platt. Oh, hey, yo. Ah, sie kommen. Sie kommen. Sie kommt. Sie kommt. Sie kommt. Ja. Okay, die hätte ich einen. Hauptsache die Mutti kommt mal gerade nicht. Wo ist der andere? Ja, komm, hey. Hallo. Ich muss einen Platz finden für mein Portal. Hasi, komm, ich helfe dir. Und zwar in die Richtung gehe ich. Yo. Okay, vielleicht habe ich hier ein bisschen Schutz. Auch nicht schlecht. Oh, nee. Kein Schutz, kein Schutz, kein Schutz, kein Schutz, kein Schutz. Ich habe keine Energie. Oh, nein, nein, nein. Ich habe... Nee. Leck. Oh, Scheibe. Was? Warum ging jetzt die blöde Rolle wieder nicht? Ja, weil ich keine Ausdauer hatte. Ah. Das hätte mich fast mein Leben gegossen. Ich habe mich schon tot gesehen. Ja, mein Herz. Ihr wisst gar nicht, wie schwer das ist hier. Atmen. Ruhig atmet. Achso, ich kriege kein Kind. Wir gebären kein Kind. Da ist doch ein... Lasst uns mal da hingehen. Eventuell habe ich da eine Behausung. Scheint so. Jetzt renne ich im Nebel, im Seich. Also, jetzt renne ich im Kreis, ne. Das ist nichts. Das ist nicht gut. Ich drehe mich im Kreis. Hä? Hallo? Okay. Dann ein bisschen nach rechts. Jawohl. Oh ja. Oh ja. Weite Sicht. Das ist gut. Wir drehen. Ah, wir sind am Rand. Okay. Ich muss nach innen ein bisschen. Achtung. Habt ihr es gehört? Zweger? Ja. Wo seid ihr? Hier irgendwo links, oder? Ich würde hier mal hin. Da war ich noch nicht. Oh, seid gegrüßt. Hi, 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 hi. Ja, ja. Okay, 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 okay. Ey, ich suche einen Kern. Den letzten. Ich brauche nur noch einen. Ja, ja. Ja, ich muss noch mal hin. Ja, ich muss noch mal hin. Ja, ich muss noch mal hin. Ich kann jetzt. Was haltet dich da? Was, was? Halte. Pass auf dich auf. Ja, ihr auch. Ciao. Tschüss. Auf Wiedersehen. Da, 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 da. Jo, wir haben es gleich Das ist Ja, ich habe es gut Ich habe es im Urin, ich habe es im Gefühl Wir haben Yes, jawohl Hallo, seid gegrüßt Darf ich bei euch einziehen? Ja, ich bin größer Wenn ihr einen Keller habt, würde ich gerne bei euch einziehen Hallo Hallo, Grüße Äh, kein Keller Äh, du bist größer als meine Erinnerung Ja, 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 äh, was ist mit euch? Seid ihr Was macht ihr? Was wollt ihr von mir? Ja, das ist mir egal Ich habe nicht Nein, 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 ich habe nichts angezettelt Nö, 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 nö Hey, hey, langsam, nicht gleich mich verdächtigen Ja Darf ich wieder gehen, ohne dass ich getötet werde? Dann muss ich hier irgendwo mal gucken Wo ist das? In die Richtung Ja, ich gehe mal Wo war das? Kommt schon noch ein Gebäude Den letzten gerne? Das hört sich nach Mutti an, oder? Wow Ist der schon dort? Der macht die platt, oder? Die kämpft gerade gegen den Soldaten Und gegen die Mutti Hätte ich müssen helfen? Nein, oder? He, 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 he Ich räume dann auf Jo, ich kann von hinten helfen Hallo Mutti Oh, no Das ist fies Das ist unfair Das ist nicht gut Ja, zum Glück habe ich die Frostbeile Oh, Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer Ausdauer, Ausdauer Oh Oh, no Oh, wow, wow, wow Hey, treffe ich den noch? Ja, jetzt Weil ich möchte keine von dem kriegen Also, alles klar Die Mutti ist da Warum kommt die zu mir? Muss das sein? Oh, das war blöd Der letzte Trank Und ich mache sie noch Heiß auf mich Wo ist die? Ah, da kann ich reinfliegen Haha Geil Geile Schlucht Wo bin ich? Oh Da kommt sie Da ist sie Oder? Da war sie gerade Jetzt bin ich aber Die geht zurück Zu den Twegern, oder? Welchen Zipfel habe ich noch nicht? Wo ist der? Hier Okay Oh, ich dachte Du willst Äh, nichts von mir Das war ein Trugschluss Ja, ja Ist gut Die kommt aber weit runter Hallo Muss das sein? Wieso kommst du so weit runter? Ei, ei, ei Du Nimm mal einen anderen Pfeil Ich brauche die Frostpfeile Okay So weit, so gut Ja, das sieht gut aus Haha Ich habe sie Juhu Ich habe sie Und eine geile Und eine Trophäe Oh, oh, oh Jetzt muss ich Lauf, oh, oh Ich habe, ich habe Lalo 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 Lauf Lauf, Lalo Lauf Lauf Oh, da ist ein Haus Per Zufall Ja, jo, jo Lass mich rein Lass mich rein Lass mich raus Lass mich rein Lass mich rein Habt ihr einen Keller? Jau Die haben einen Keller Willkommen Willkommen Hallo Ich habe mein Portal In Sicherheit Kann ich hier bauen? Äh Ihr habt einen Keller Guck an Geht's hier? Nein, das ist nur ein normaler Keller Äh Das geht in keine Gruft Ja, jetzt habe ich mich so gefreut Okay Ja, ich habe sie getötet Äh Selbstverständlich Habe ich das gerne getan Darf ich hier Mein Kann gar nichts Hier bauen, oder? Das geht ja nicht Ich müsste die alle töten Fuck Kann mir jemand Sagen Wo ich Den letzten Kern finde Mal hier Wo ist das? Hier was die verdammten ja, verstehe ich, verstehe ich komplett verstehe ich das aber ich möchte einfach nur einen Platz, wo ich jetzt wo war das jetzt? hier ja, genau mein Portal, halte immer mein Portal hinstellen kann ah, da war der schon oh, oh, oh ich sollte mal eine Waffe ausrüsten, oder? ah, Achtung und hochheilen ich bin aber auf dem richtigen Weg an den letzten Zipfel ich höre schon wieder was suchen suchertechnisch keine Tränke mehr kein Essen mehr ja ich muss ein Portal stellen ach, da bist du okay ah, da ist eine feste okay pass mal auf Frostpfeil aber wenn ich dich treffe halt jawohl das ist halt schon eine andere Nummer so, jetzt du bleib stehen ruhig, schön ruhig jawohl danke ich muss nach Hause kurz ich habe keine Tränke mehr okay, okay oh, oh, oh irgendwie ist das nicht nein, nein ist das nicht gut, nicht gut nicht gut finde ich nicht gut nein nein oh, die ohne Frostpeile hey, hallo ich hätte schon Angst nachsehen ehrlich und vergeut sich so einer weniger gut ja, du bist auch gleich Geschichte so ist richtig nee das hört ja wieder mal nicht auf heute naja erst kriegst du einen Frostpfeil und dann kriegst du eine reingesammelt so ist richtig ja, komm komm jetzt schön gemütlich ich muss die Pfeile sparen okay, wo sind wir gelandet ich muss in diese Richtung aber ich stelle jetzt hier mein Portal wenn ich das kann irgendwie mache ich dann haue ich mir eine Grube oder einen Tunnel in den Fels jawohl ein bisschen schützen ich weiß nicht ob das gut ist aber das ist mir jetzt auch egal ein halben Trank und vor allen Dingen stellt jetzt eine Werkbank geht das? eng, aber ja gut früher haben wir immer gesagt eng ist gut ihr wisst was ich meine ne darf man das noch sagen? ja ich mache ja nur Spaß hier ne ach, da brauchst du keine mach zu was willst du mit der Tür die wird sowieso zerstört das ist nur für schnelle Abwehr jawohl sieht doch gut aus ich glaube wir haben eine neue Behausung ja, stell mal eine Kiste mach mal was raus jawohl aufräumen wir kriegen das gebacken ich will nur nicht wieder sterben logisch oder? dann mach mal ich möchte die weiter rein da 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 komm schon steh hin so okay jetzt Platz für ein Portal und ein bisschen zumachen dass sie nicht reinfliegen können ohne gebremst ist zwar blöd hält ja nicht viel aber den ersten Schwung und dann gucken dass ich ein Portal stellen kann hier oh ja, ja, ja habe ich die weggeschmissen? nein wow puh hello jetzt habe ich kurzfristig Panik bekommen oho so was? SK ja wir haben wir haben Verbindung und können nicht durch warum? ah der extrahierer stört dann nehme ich mit was mit geht und gehe mal rüber jo Junge bin ich froh oh schön dich zu sehen Wolfi ich freue mich echt dich zu sehen oh ich werde dich umarmen wenn ich könnte aber ich das sieht halt blöd aus wir sind nicht gestorben das ist doch ein schon mal was ne komm schmeiß das Gedöns raus du hast zu viel so dann ausruhen oh und Essen aufladen und Tränke jawoll so sieht es aus Freunde der Nacht ich bin auf dem richtigen Weg oder Freunde oder Freunde des guten Geschmacks was mache ich hier ich bin auf dem richtigen Weg wir finden den letzten Kern da bin ich mir sicher irgendwann irgendwann hört sich auch gut an lasst uns mal rüber gehen in die Ebene ich muss sowieso Essen machen ne und besorgen so hallo wie schön dir zu sein so hop 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 Essen nicht vergessen so sieht es gut aus oder ein bisschen Hasen Pfeffer machen komm Hase ja mach ich mir Hase Karotten Jotun dann drei Stück aber ich würde mir auch gleich das Hähnchen zuverbreiten wenn ich schon da bin hier ist ja noch einer dann machen wir die vier sehr schön viermal Hase sehr gut dann die Hähnchen erinnert mich doch bitte daran wenn ich nach Hause komme dass ich in den Fässern gucke da habe ich doch neue Tränke gemacht Mann die habe ich komplett vergessen geil ich vergesse es immer okay dann und dann gehen wir zurück und töten alles was kreucht und fleucht ne halt in diesem Sinne was bringst du 80 und du 85 dann gibt ich mir dann ist das die Reserve wenn ich jetzt da warte kann ich auch noch einen Salat machen ja besser als keine hallo jo wir haben ausreichend Essen dann dich raus und die Hühnchen mache ich auch raus den halben Salat mache ich raus jo das sieht gut aus dann würde ich sagen wir gehen nach Hause und gucken mal was die Fässer für uns behaben und dann gehe ich ganz gemütlich und gechillt in die Koje und bin ausgeruht fürs nächste Mal wenn wir reingehen und hoffe ich den Kern finden den letzten der letzten der bringt mich um den Verstand ansonsten muss ich mal was anderes machen ich muss mal an die Hühner gehen und umbauen noch ein bisschen ich glaube das ist auch nicht schlecht apropos jetzt stehe ich schon wieder am falschen Eck ich hole doch die Fässer da Medmischung längere Ausdauer zeigt mir das sieht hübsch aus oder das sind schöne Flaschen zeig mir wir wollen die genau sehen jo herrlich neues Flätzchen und du Medmischung starke Heilung zeig her cool okay so schaut es aus coole Sache starke Heilung so lasst uns mal nehmen jawohl geil sieht echt toll aus oder sehr gesunder Med okay sehr gesunder Med 125 Gesundheit mittlere Ausdauer 160 Ausdauer Regeneration über Zeit Ausdauer Regeneration plus 25% Med für längere Ausdauer cool okay klar dann gehen wir so rein ne und das ist sehr gesunder Med 125 Einheiten na dann lasst uns reingehen das nächste Mal ich mach hier einen Cut so dann mach ich ne neue Med Mischung ich hoffe es hat euch Spaß gemacht und ihr schaut wieder rein wenn wir nächstes Mal endlich hoffe ich ich hoffe mit neuen Tränken unseren letzten Kern finden macht's gut bis zum nächsten Mal wenn's wieder heißt was macht der schon wieder oh man tschüss tschüss